Was versteckst du unter deinem Bett? Ein bisschen Stau. Welchen Job hättest du, wenn du kein Schauspieler wärst? Psychologin. Was würde auf deinem Grabstein stehen? Ja, jetzt noch nichts. Das soll auch erst mal so bleiben. Welchen Geruch kannst du gar nicht ab? Öffentliche Toiletten. Welches Lied hast du zuletzt laut mitgesungen? Äh, vorhin im Auto. Ähm, the greatest love of all. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Ja, kämpfen lohnt sich gar nicht. Also kämpfen im bösen Sinne sollte man gar nicht machen. Für die Liebe. Aber ein lieber Kampf. Kein böser Kampf. Da musstest du zuletzt weinen. Heute Morgen, als mein Wecker geklingelt hat. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Färbt dir nicht die Haare braun. Es steht dir nicht. Deine letzte Notlüge? Mach ich nicht sowas. Das wolltest du schon immer mal loswerden. Hugh Jackman, wenn du das hörst, ich find dich toll. Danke!